Für mich persönlich ist Billa eigentlich meine Kindheit. Von klein auf sind wir immer zum Billa einkaufen gegangen. Wenn man reinkommt, man bekommt einfach alles, was man in dem Moment haben möchte. Das Besondere ist schon die Bekanntheit des Unternehmens und dass man schon stolz, ein Teil der Familie zu sein. Ich bin Einkäuferin und ich bin dann eben zuständig für die Warnbeschaffung, die Sortimentsgestaltung und einfach für den Warnfluss. Das Thema Energiesparen und Nachhaltigkeit wird sehr groß geschrieben. Alle Filialen in Österreich werden seit 2009 zu 100 Prozent mit Grünstrom versorgt. Das Schönste im Unternehmen ist eigentlich, dass es ein Riesenunternehmen ist, dass es wahnsinnig komplex ist. Es tut sich immer was Neues auf. Die Benefits, die der Billa bietet und die ich vor allem nutze, sind Homeoffice, die Mitarbeiterkarte und auch den Firmenwagen. Die Betriebskantine, die ist sehr angenehm, gibt immer ausreichend Auswahl. Am wichtigsten ist mir vor allem auch die flexible Arbeitszeitenteilung. Superspannend ist natürlich auch, viele Kollegen zu haben, überall, nicht nur in der Zentrale, sondern österreichweit, dass man auch draußen unterwegs ist, dass man landesweit unterwegs sein kann. Ich bin sehr gerne in den Märkten draußen. Meine Hauptaufgabe ist es, die Mitarbeiter einzuschulen. Jede Filiale hat seine eigenen Bedürfnisse oder braucht in einem anderen Bereich ihre Unterstützung. Ich bin Obst- und Gemüsefrische-Managerin und das schon seit fast fünf Jahren. Organisiere Schulungen für die Mitarbeiter, schule sie ein auf bestimmte Tätigkeiten. Es gibt im Unternehmen immer wieder Fortbildungen und Ausbildungen, die man wahrnehmen kann. Und es gibt aber auch die Möglichkeit für mich, wenn ich jetzt in einer externen Ausbildungsstätte was finde, wo ich sage, das würde mir jetzt in meinem Beruf gerade weiterhelfen, dann wird mir das auch immer ermöglicht, dass ich diese Kurse wahrnehme. Man kann sich in diversen Abteilungen weiterentwickeln. Man hat überall eigentlich Aufstiegschancen. Es kommt immer auf den eigenen Antrieb und auf die eigene Motivation an. Man kommt in die Filiale und erkennt dann, okay, macht jemand das gerne oder nicht? Und dann ist jeder jederzeit bereit, einen zu unterstützen, damit er weiterkommt. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man sehr gute Karrierechancen hat. Ich habe selbst als Assistentin begonnen und habe jetzt das Glück, Einkäuferin sein zu dürfen. Also da ist einiges nach oben möglich.